Willkommen in der Ahmet TV Show. Ahmet, Ahmet. Viele würden sich bücken, ich sage nur bitte. Ja? Ich habe keine Zähne mehr. Warum? Wo sind die? Ja, weil die alle rausgefallen sind, weil ich ein Junkie bin. Eigentlich ist sowas wie mit diesem Ahmet total traurig und sollte nicht gemacht werden, oder? Sowas sollte man gar nicht vertreten. Es ist schon echt unmenschlich. Aber es ist im Umlauf. Einfach mal die Meinung dazu wissen. Ich finde es geisteskrank und ich bin total dagegen. Juri kann nicht klar drauf. Juri muss trinken.